Ho, ho, ho. Es gibt auch das Halloween-Zeug noch nicht mehr, by the way. Ja, Freddy Frostbär. Le Klick. Und weil ich sag Le Klick, ihr bitte auch nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr mehr Videos wie sowas hier sehen wollt. Oh, Friesen Mama. Hi, Shadow Freddy. Hi, wer immer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Wow. Und der war, glaube ich, das erste Mal im FNAF AR. Weißer, äh, Wissbaum, weißer Wissbaum. Weißer Weihnachtsbaum. Ich wollte Christbaum erst. Ja, ist er, Christbaum, ja. Christbaum mit Geschenken. Sieht cool aus, so. Also, erst mal alle. Oh, warte mal, wie war die Teile wieder? Okay. Hä? Nein. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Fries. Ha. Was wollt ihr jetzt machen? You can't catch me, coppers. Ja, eigentlich schon, so weit ich die... Ui, ist ein anderer Weihnachtsbaum. Ich verstecke mich im Klo. Ich verstecke mich im Klo. Oh, im Hocklid. Nein, los mal, mein Rohr. Äh, wie lange ist die Zeit eigentlich angehalten? Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, so, jetzt auch. Das war sehr viel Text, oder sehr viel, nein. Okay. Aber jetzt for real, ich darf nur nicht die E-Taste drücken. Also, die Zeit ist sehr lange angehalten worden. Erst mal schauen. Wie spricht Freddy Frausbert? das hört sich cool an er kommt mal alle er kommt mal hier ist alles weihnachtlich das hier das ist nee das ist nee okay das sollte ich nicht sehen nein das ist diese musik nein bitte nicht ich habe das ganze jahr aus kalt oder dieses lied und jetzt kommt es nein 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 um gottes willen weg mit der musik bitte weg mit der musik es ist die typische musik von weihnachten und ich mag die net wieso wieso muss ich das hören okay da müssen wir jetzt durch hilft alles nichts also wer das lied nicht hören möchte ich kann nichts ändern dran ich habe das gerade nur realisiert und was ey告訴 sie Normally Ein Irish geindruckt bei rheinischer du kannst gar nicht ja hier habe ich das oh man alles so zu zu wissen ja nee ich nicht ja doch eigentlich schon kommt die mal her kommt die mal her ich will schauen dass es echt neul ist ja das Ball Pit. Das ist schön gut. Ja, come little children. Lass mich erst mal hier raus, weil der Free Force Base ist so f***. Der kommt da nicht raus. Wir sind sehr muskulös animatronic. Du kommst auch mit. Ja, darunter muss ich auch noch. Äh, der Faxi liegt in mir. Das triggert mich. Entwickler, bitte. Dieser Faxi muss da rauf. Ja, dankeschön. Das triggert mich unendlich. Irgendwann, sie haben auch Geschenke. So, gleich zwei Weihnachtsbäume. Das ist fancy. So, äh, okay. Das, das. Ah, dich brauchen wir nicht. Äh, hier ist auch niemand. Okay, dann kommt sie mal alle her. Kommt sie mal alle her. Lalalalalala. Kommt sie mal alle her. Dann gehen wir da rein. Dann machen wir da. Zack, zack. Ja, den Elternteil brauchen wir jetzt nicht. Die Eltern sind verboten hier. So, einmal. Tja. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Und so weiter und so fort. Zack, zack, zack. Boah, das geht da. Zack, 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 hey. Das ist ja kein dabei, was ich hier mache. So, weg wird der so. Ich würde mir gerne die Zeit anhalten, aber... Oh, ne, no, ole, Musik. Ah, Kind. Hi. Hierher. Nein, ich gehe nicht zu Wham. Gehe nicht zu Wham. Hi. Ich würde mir gerne mal kurz mal warte. Freeze. Oh. Das habe ich jetzt sehr schlau gemacht. Aber ich kann... Ah! Ich höre die Musik nicht mehr. Oh, das war 8Bit Ryan sogar, by the way. Tut mir leid, 8Bit Ryan. Boah, es ist so schön, mal nichts zu hören und die bewegen sich nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Keine Ahnung, was ich da sagen wollte. Das war jetzt sehr flipp von mir, weil ich komme jetzt hier nicht durch. Wegen diesem Kind. Du, Kind, du. Ja, das weiß ich, das habe ich dir nicht gezeigt. Du, Kind, du. Stand ich schon irgendwo mal da? I'm not sure. Äh, warte mal. What? Ach ja, lol. Wow! Hau, was sind Weihnachtsbäume? Und alle mit Weihnachtsmützen! Wie geil ist das denn? Aber warum hast du keine Weihnachtsmützen? So, jetzt erst mal die Kettys rein, weil hier seht ihr schon die Präsente. Aber ihr kriegt ein anderes Präsent von mir. Ein sehr frostiges... So, Faxi, zu Chica, also Chica und so weiter. So, da, 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 und du da. Oh, oh, oh. Haben wir hier schon alles? Ah, da ist ein Kind. Der Rackstar. Und der Faxi Rocks. Der kommt auch noch rein. Autsch, hauen wir gleich mal gegen die Wand. Äh, dieses Kind will nicht. Wow, diese Musik ist grad laut. In the ear. Gut, dass ich earphones trag. Wow, das ist so schlecht grad. Das ist so laut. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist hier noch? Nö. Ist hier noch? Nö. Ihr ist... Äh, wo ist... Ja. Ja, komm, mein Little Chill drin. Und ich hab jetzt Bedenken, wenn ich jetzt... Auch wenn ich... Okay, warte mal. Wenn ich die Zeit verlangsamen... Äh, hab ich ein kleines Problem. Außer, die schauen da in dem Moment grad nicht hin. Dann hab ich vielleicht Glück. Jetzt pass mal, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Die schauen jetzt alle... Hä? Jetzt schaust du her und jetzt kommst du her. Die müssen alle wegschauen. Alle müssen sie wegschauen. Ich probier. Haha. So. Huuu. I must flee. Oder warte mal, kann ich? Kann ich? Könnte ich. Huuu. Schau mal hier rein. Ihr habt nichts gemacht. Ich bin Freddy Frostberry. Ich spring rum. Ich verteil Geschenke. Ich schau den Weihnachtsbaum an. Weihnachtsbaum for the win. For the win. Ha. So. Und jetzt müssen wir zirrisch die 28 Kinder... Das ist die übrigen, ne? Die müssen alle in der Sister Location sein. Das heißt... Oh nein, 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 nein. AALT! Okay, du willst in den Bewerin. Ist mir egal. Ich will jetzt einfach nur kein WAM. Ich mock das jetzt nicht. Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf. Ah! Boah. Ich mock das Chor WAM. Ne, mock ich nicht. Bzw. Deswegen haben wir hier die... Das ist die Fahrstuhlmusik. Aus der Sister Location. So, was kommt jetzt hier? Hallo? Ja, das hört sich mal normal an. So, einmal zack. Zack, 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 zack. Ja, die trauen mir wahrscheinlich allen nicht. Egal. Ja, doch, die trauen mir alle. Wow, es sind hier viele Geschenke. Und ein Peter-Weihnachtsbaum. Lass uns mal durch. Ich will zu den Kinder. Tully, lulli, lulli. Da hinten ist ein Scuba. Tully, lulli, lulli. Ja, kommt mal her. Da, 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 da. Aber ich weiß nicht, wenn ich die Zeit anhalt und ich jetzt in dem Radius wäre von den Eltern, seh, ne, okay, wobei, die würden mich gar nicht sehen, weil ich, weil, ja, Zeit angehalten. So. Haben wir jetzt all? Ja, ne, 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 ne. Du, du, du. Ja, du, 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 du. Du, du, du. Ach, da ist nochmal eine Weihnachtsbaum. Aber FunTERP monumentarisch ist noch... broken. Ja, ja. Ich bring dich zu Freddy. Ich bring dich zu Freddy. Schw て mich zu Freddy. So, jetzt haben wir... Lass mich mal hin. Komm da her. Das anxietyär. Aber da ist ein Weihnachtsbaum, da ist ein Weihnachtsbaum, da ist ein Geschenk. Und da ist Fanta Freddy, das ist schön. Ah, sind hier viele. So, das sollte jetzt eigentlich... Ah, Points on Masse. Es geht einfach so schnell. Ich muss nämlich nur schauen, wie viele Kids ich dann noch übrig habe. Weil dann versuche ich mal, durch die Luke zu fliehen, ob das überhaupt möglich ist. Ich vermute mal, es geht erst, wenn du... Weißt schon. Hab ich noch? Drei Kiddies hab ich noch. Wenn ich alle Kiddies hier hab. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Drei. Ah ja. Drei, zwei. Also ein Kind ist dann hier irgendwo noch. Irgendwo ist da noch ein einziges Kind. Aber ich weiß nicht, wo. Wo ist da noch das... Äh. I don't get it. Kommt da rein, kommt da rein, kommt da rein. Ja, 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 ja. So, machen wir mal zu. Für das spezielle Scooping-Geschenk. Ah. Das interessiert denen gar nicht, dass sie gescoopt werden. Der andere hat's gar nicht interessiert. Der hat nicht gekehrt. Also ein Kind haben wir noch left. I. Ja, keine Ahnung. Ich wollte das irgendwie lefty reinbringen. Okay, da sind wir jetzt hier dann. Ein Kind ist noch übrig. Ah ja, und da kommt auch noch mal ein Video von... Äh, Kill & Purple. Mhm. Jetzt haben wir zumindest das. Aber ein Kind habe ich noch übrig. Wo ist dieses eine Kind? Wir müssen die gesamte Location... Da. Da ist das letzte Kind. Und wo war die Falltür? Eine Falltür, die Luke, die war... Stimmt, die war hier. Jetzt komm mal her. Letzter Kind, weil da haben wir kein Kind mehr. Dann dürfte ich rein theoretisch durch... Die Tür durch. Guck mal her, dass wir mich hier... Äh... Achso, war's schon. Zack. So, Kids left zero. Und jetzt schauen wir mal, ob wir durch können. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Kann ich da durch? Ah, da, wieso kann ich? You can't escape yet. Wieso kann ich da jetzt nicht escapen? Hatte... Das ist ja... Doof. Wieso kann ich da jetzt nicht raus? Naja, dann gehen wir halt... Ja, die normalen... Merchandise Exit. Yes. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ob das überhaupt funktioniert? Aber egal. Dann würde ich es wahrscheinlich erst mal kurz anlassen mit... Kill on Christmas. Jetzt haben wir mal Freddy Frostbale mal gespielt. Und es kommt noch ein Update. Es gibt noch was richtig Cooles, was ich euch zeigen kann. Dann beim nächsten Mal. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.